so nemaschinen wäre eigentlich auch mal nicht schlecht dieses zu kaufen einfach damit wir die mal haben auch diese basic dinge halt ne ich weiß nicht was ich dazu brauchen wir momentan gar nicht auch eine nächste zum werde ich mal sinnvoll da sein ich umplazieren ich hatte ich wirklich woran wir die tun das kann ich gerne umplazieren hier aber der auftrag drückt halt hardcore wir sollten gehen nein weil da alles im weg ist die dann und auch vergessen so der landlichkeit aus aufgaben die dinge herrschen bringt auch hat nichts wieder verkaufen dürfen wir alle viel bringt auch weiter heute die enden raus geil Das ist alles nicht so semi-geil. Guck mal, wenn wir die Maschine jetzt haben, oder wie? Was ist das denn, bitteschön? Da ist das ja schon mal die Laufwege, ne? Nein, oh nein, ich hab das Gefühl. Wird sogar hier vorne gehen. 50%, 100%. Ah, das finde ich ganz geeignet, deswegen. Oder nur 25. Jetzt kann er machen, gleich schon. Wird da zusammengesetzt, da. Schon ein recht großer Auftrag. Ich schreibe immer noch nicht die Zeiten hier, ne? Ich bin auch zu doof für. Hier ist die Zeit der Aktionszeit, wahrscheinlich 19 Stunden oder sowas. Wir bekommen dadurch aber ziemlich gut Geld, die ich grad zu sehen. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Deswegen, wenn wir davon mal einige bauen. Aber wir brauchen grad 5.000 Cash. Ach, wir haben die Enden verkauft schon. Zehn Stück? In der ersten Zeit. Ich lass' dir echt teuer aus. Ich hab' ich über 2.000 Cash. Kann ich auch neben dran machen. Ah, neben dran, nebenbei. Sehr schön. das hat aber jetzt ein cash verdienen dadurch die skateboards hatten wir uns in ewig karten wenn da kommen wir heute noch nicht verkaufen da erst ein ticken weniger geld aber nachfolge ist höher ja ist okay das spielzeug erst mit auffällig gestellt rechtzeitig das erfreut einen doch noch ein minus als ob alter gelitten egal ich wollte auch bald mal hier irgendwas neues für unseren pausenraum oder mitarbeiter haben da wäre einfach recht sinnvoll die die spieler allergeist dass der witteschön viel kostet tausende fernseher alter ja aber eigentlich wäre schon ziemlich geil als pausenmögliche herstellung und das ist die kompazität langer kapiert die ganze scheiße hier das ist ziemlich geil könnte man machen muss man aber nicht nur wir warten mal damit ein bisschen sparen ich bin doch die skateboards oder war tischer verkaufen tischer sind nach wie vor nicht gut genug dafür und skateboards gibt es immer noch nicht auch schneller ablaufen lassen wir laden den ganzen scheiß aus wunderbar bisschen krass du sollst nur noch Geld bekommen äh auch immer wir könnten noch als ein bisschen platforms zu spielen machen möchte aber aktuell nicht können wir nicht irgendwas forschen wir haben vier punkte alter wir könnten zum orbital spezialist lösen oder die gibt's keinen sinn also nicht grundstücke wenn ich gerade noch nicht auch noch nicht die russstiefel ihre bezahlung ich dachte immer ganz geil aber wahrscheinlich nur hier dann der fall oder neun tausend alter mal richtig sagen junge wir machen sogar eine qualität hier viermal du bist ja ein bisschen mehr geld dafür und dann verkackt man komplett und die kunden sind eingepasst so muss das geld gerade geld freut mich das muss man neuen auftrag gleich planen noch nicht annehmen aber das muss man planen das motorrad trau ich mir noch nicht dran oder das fahrrad ding motorrad ging ja was los jünger standard fahrrad das war mittel daran auftrag jetzt endlich mal planen ich arbeite schon seit 500 jahren gefühlt drauf hin so das ding ist geil aber das kann man das machen katapulte alter alter auch scheiße teuer da geht auch alles runter das können wir dann bald machen einfach mal einen experten kür und fragt ist danach höher ist noch niedriger dass die frage das ist tot tot bald tot noch nicht tot lass mich nicht mal planen was brauche dafür für eine maschine die nicht wenig haben hier ist rot die haben wir nicht die maschine ist dort die hier mit teil stangen kackpresse teure maschine wenn man so sagen das ganze mega wende platzieren aber egal nein ja kauf dafür so ein bisschen teuer ok wird gebaut wo schon wieder so um derzeit drauf naja ich bin einfach so angewöhnt aber ist ok und auch raus wo fühlt es jetzt hier drin also ich hatte 26 plus 15 gut so ist ein bisschen belastend ja dann mache ich mal hier richtig geil echt schon noch rein und dann mache ich geiler pflanze rein ja die wird sich richtig gleichfressende pflanze alter da wenn jemand sich das holen wir schon beim wasserautomaten er von den pflicht attackiert das ist ganz geil ja why not da können wir uns so eine geile fleischfressende pflanze ungefähr bei 0 zumindest die ganze war ist ok ich bin die aufträger durch haben einer sind hier weit vor voraus folge und dann kommt man mitarbeiter anstelle zu der geld verdient die skateboard eigentlich oder oder ein lager typen falsch reichen aktuell langsam ist ein bisschen heftig und normalen angestellten teuer ja wir brauchen eine kaffeemaschine bald und kostet dann das war als fünf alter erst teuer und und die gabersplätze einfach zu wenig leute glaube ich gerade das ist ja schon ziemlich geil eigenkapital 48 und die haben 500 alter 24 krass naja gut gut oder zeug hat er die pflanze ja ja wird schon gerade da alle ich habe kurz ein marktuch ab und da kann ich mal die skatepots herstellen so wird auch eine ewig karten ich habe die reparieren nicht mehr getaktet so cool so neue marktaufträger was haben wir denn hier neue aufgaben das ist echt heftig jetzt haben wir das geld muss eigentlich ausbauen jetzt heftig fehler gewesen egal irgendwas alter küchenmixer in die höhe schießt und für maschine dafür wenn ich habe alle maschine für teuer der alten schmiede das gemacht ohne mehr alles von arsch gerade meine ich meine roten kram ach ich habe den hier noch recht verbunden mit dem ding hier scheiße egal ähm ja geil da kommt dann hier so ein billigrohr geht nicht aber irgendwie hier was brauchen wir eine bogen maschine dass das zeug kann diese rolle mit dem strich durch hat ja schon die besseren maschinen immer du kannst das schöne ding einiges aber das ist ein fehler der bogen maschine den geilen teilen den geilen teilen werden wiederum daraus hergestellt und die werden wiederum hier angeschmolzen ich blick grad nicht mehr durch übrigens was passiert hier leute was das für ein riesen auftrag die qualität von dem ding auch gut dass wir die maschine haben hilfe leute aufhören zu viele sachen ah die schmiede so belastet aber das alles zusammen hergestellt da trifft um den scheiß herzubekommen also nächstes ja voll teuer und dann wird das nochmal zusammengestellt hier drin was fehlt uns noch ich blick grad immer durch was wir vielleicht hätten sie noch die forderung empfiehlt sich bei dem roten kram und hier versparen das ist ja schon heftige auftrag leute zwei, drei, vier, fünf Stück aber zehn Stück wäre schon geil Alter wie teuer das ist so gefühlt ist, dass wir dadurch kaum gewinn machen das muss man eh nicht leisten wir testen das mal, okay? fünf Stück bitte fuck alter das ist voller riesen auftrag das ist ja echt abartig gut leute, ja, finde ich platt bock, bitte begann die Skateboards, danke wir retten uns, gebt echt gut geld Alter, ist das ein riesen auftrag okay, ganz ehrlich, wir werden jetzt schon mal äh, auch scheißen und weitere Arbeiter einstellen ich brauche eigentlich auch einen zweiten Lager-Typi ich glaube, das ist ja ganz schön überfordert wer haben wir da? was ist das? hier Steven Braun nee, Sven Braun perfekt Lager-Heinig bestellt, wie wir uns so aufmerkend entwickelt haben er kommt schon immer zurecht er kommt damit überhaupt nicht zurecht das ist wie zu viel lahmarschig Jungs, hier, Arbeiter, Lust ohne Geld, keine Arbeiter er gibt irgendwie Sinn, ne? ja, komm schon hin ich kann ja nicht mithelfen, auf jeden Fall das ist immer ziemlich geil ja, ja, kein Geld ich arbeite dran ich kenne es noch so gut wie fertig, Leute machen gut gegen Minus, Alter krass, ey ja, die Küchenmixer sind ganz schön heftig, aber auch wenn sie so fünf Stück sind ist ja echt eine Riesenproduktion Arbeiter, geht mal mit Hardcore Minus, ne? Appartag ich verdiene jetzt aber 10.000 damit, ne? so war das doch und sollte es ja eigentlich trotzdem ganz gut gehen ich war davor schon, gerade schon wieder ich guckte schon wieder geil, Alter ja, okay ein bisschen Loboismus kann dich weit bringen deine Beziehung zum Bürgermeisteramt senken deine Mieten und geben dir Rabatt auf Frühstückerweiterung Mieter schon kostet ja auch auf Dauergeld, ne? da gibt es noch her, das Zeug wenige Geld ausgeben, ist immer gut das ist schon auf minus 1000, Alter abartag ich würde mir gefallen tun, wenn du damit fertig wirst wir brauchen Geld sonst können wir halt nicht bezahlen, Leute aber wenn wir damit bezahlen sind, ist schon abartag, ne? jetzt gehen wir uns doch nicht fertig, wie die Gateboards sind doch noch gut handelbar, oder? hoffisch da ja, sollten wir jetzt noch verkaufen, dann geht es Hardcore runter aber was gibt das? oh, fucking Ratten schon wieder, euer Ernst guck mal da rein das ist schon dieses Mal nur, zum Glück fertig doppel kill dann man hat Geld bekommen, geil so, Arbeiter anstellen wem dran Lager, Heini äh, Peter Weber geil so, wollen die direkt mal helfen ich habe viel zu viel zu tun gerade cool ich klag da eigentlich sogar dazu, Geld zu verdienen muss man manchmal so sagen ich habe hier drin auch mit dem allerdings verarschen müssen wir noch mehr aufteilen mann ich habe die schulden schnittler 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 sind ja und die jahre und einige tag herunter und kreis aber auch recht lange warten so schön ist ja auch die dinge aber wenn verkauft die skatebox mit dem game kurz aber nur ich mache es noch schnell wahrscheinlich schnell hier weiter wenn demnächst noch mal erweitern da können wir noch mehr wenn die reinzüglich machen hier oben ist einfach unterteilen das ist einfach nicht machbar die laune man klar so versteht maschinen die laut sind gibt es schon sinn und bis ins lager irgendwie mehr erhöhen ich glaube aus kurzen kippen erweitern und nach vorn erweitern schlicht noch mehr fast lager besser einzubauen und das noch hinten erweitern und größer machen wir mit einem recht groß lange machen darum die maschinen heute schon sind besser mit regalen und so ein scheiß hier nicht geordnet haben die laufen habe das natürlich war hier ist alles rot und verlangsam ist nicht auch schnell skateboards sind fertig jeden moment markt öffnen brauchst du mit 1000 alter wirklich so das geld nämlich noch und dann ist erst mal kurz der pause für mich angesagt ja leute würde ich sagen danke fürs zusehen und tschüss und bis zur nächsten folge und